Hallo. 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 Ich bin ein bisschen müde. Was hast du da mit der Sichel vor? Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Das ist scharf. Hallo. Geh weg. Es leuchtet grün. Ich hab auch was grünes. Ist das eine Waffe mit Giftelementarschaden? Ich bin auch grün. Das ist quasi... Ach, ich bin auch grün. ...waffe gegen Leute. Hat Bonus-Damage irgendwie gegen Dämonen oder Bestien oder so? Keine Ahnung. Dämonen. Wir haben schon so viele getroffen. Ist das ein Set-Gegenstand? Ich wollte ja schon sagen, ich bin jetzt hier dein neuer Friseur, aber... Ja, da guck ich voll zu spät. Da gibt's nichts mehr zu machen. Ach, dammit. Da ist nichts mehr zu frisieren übrig. I am disappointed. Nicht mal Extensions. Verdammt. Verdammt. Aber ich hab Erika the Morningstar. Oh Gott. Nicht. Aha. Ich muss weg. Erika Schimmel. Es ist Erika. Erika. Erika the Morningstar. Okay. Weiter geht's hier um Erika. Wir... Wir sollten mal so langsam wieder irgendwas machen. Ja genau. Hier sind... Oh, guck mal. Wo müssen wir denn hin? Ich hab keinen Blass und Schimmer. Alter. Nicht, das Ziel ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja, wenn du das sagst. Was müssen wir? Und hier liegt Geld. Müssen wir rein oder raus? Und hier sind wir den Wissenschaften helfen. Ja, die sind wohl drin. Ja, da müssen wir rein. Okay. Ich kann Skillpoints verteilen. Wie ist das denn passiert? Ich hab keine Ahnung. Kann ich auch? Ich will auch. Warte, wie komm ich nochmal? Ich will auch Skillpoints. Ich drücke auf dem Steuerkreuz. Ach so, nee. Ach so, du spielst mit Maus und Tastatur. Ach so, komm, 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 komm. Ich hab keine zu verteilen. Mann. Der Emergency Generator hat fast aus dem Feuer. Klasse, super. Also wenn ich fast am Abkratzen bin, also so gut wie am Abkratzen bin, dann bekomme ich dann weniger Schaden ab. Was nix daran ändert, dass ich dann fast am Abkratzen bin. Toll. Das ist total nützlich. Das ist funfucking-tastisch. Anderes hier. Ah ja. Nein. Der will. Ihr seid schon da hinten. Ja, wir warten auf dich. Cool. Das ist ein Problem. Eine Question. Adam West? Ich hab gehört, er hat schon über Kriege berichtet. War das Adam West? Voll ne Ahnung. Kein Jim West. James West. Wiki Wild Wild West. Jetzt haben wir sie. Achso. Sklaven der Energie. Vom Bad her könnte der fast Jesse Cox sein, aber irgendwie der Rest passt irgendwie nicht so ganz. Ich wollt grad sagen. Was ist mit seinen Armen los? Guck dir mal die Arme an. Was ist das? Wie, was meinst du? Das ist doch kein Mensch. Guck dir das doch mal an. Was ist denn mit den Armen? Die sehen ein bisschen... Ja, okay. Die sehen komisch aus, aber... Wir sind die Designer von Techland. Proportionen sind uns scheißegal. Wir machen ein Spiel über Zombies. Wer? Wer in Dying Light kriegen sie auch keine Proportionen hin, ey. Dann ist, äh... Okay, ne. Dahinten ist irgendwie der Questpunkt für die Quest... Ich hab keinen. Moment, ich muss mal... Ähm... Quests... Ach, guck mal. Ich bin auch in einem ganz anderen... So. Schuhe. Sorry. Äh... Quests... Power Slaves. Das ist... Ich hab ihn jetzt ausgewählt. Follow me! Nee. Ich sollte den Spruch nicht mehr sagen. Nee. Nee. So. Äh... So. Siss weg. Der war doch schon tot, oder? Jetzt ist er toter als tot. Aha. Du weißt doch, wen du heute kannst ermorden, mach dir morgen keine Sorgen. Und wem du's heute kannst besorgen, wird dich morgen nicht ermorden. What? Wer weiß, wer weiß. Ah, guck mal, da ist ja einer. Guten Tag. Tschüss. So. Wo müssen wir lang? Guten Tag. Ich möchte mich mit Ihnen über unseren Herrn, Meister und Heiland Erika the Morningstar unterhalten. Ach, guck mal. Wie lebt er? Leben? Kann man das leben denn? Mann, ich drück immer falsch hier so. Bam. Oh Gott. Ich hab mich selbst vergiftet. Ey. Oh Gott. Rechte Maustaste. Hör auf, hör auf, hör auf. Okay. Wie spielt man das Spiel nochmal? Mit Skill. Hm, okay. Dankeschön. Do it with Skill for the Kill. Das hat nicht geklappt, leider. Das üben wir nochmal. Mit dem Skill? Ja, das mit dem Skill, das ist so ein Problem. Grüße an dieser Stelle an unsere neuen Fans vom Zweikampfsofa. Vier Möbel. Ehrlich. So ein Kampfsofa hätten wir jetzt hier brauchen können. Oh ja. Das hätte die ordentlich vermöbelt. Ah, okay. Dude, seriously? Ich mein, okay. Okay, okay. Credit where credit is due, ne? Also, der war... Tut mir leid. Was? Brauchte nicht leid tun. War ja gut. Der war so... Also, ich muss sagen, ich glaube, ich geb die Position des... Oh ja, bitte. Nein. Chief of Humor, Banter and Bullshit mit Freunden. Auf schlechte Wortwitze, ja. Müssen wir eigentlich... Ach, jetzt ist da auch... Ich hab keine Ahnung, wo war's so. War da eben das Tor rot. Ja, hier. Also, der Knopfrot vom Tor. Hier geht's irgendwie auch weiter. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob das hier weitergehen soll. Ich glaube nicht. Aber vielleicht gibt's da... Vielleicht gibt's da Shinies. Ohhhh. Shinies. Warte, ich will auch was abhaben. Vielleicht gibt es da Shinies. Shiny-Objekt. Da, guck mal hier. Irgendwo hier ist da was. Nee. Moment. Halt. Es leuchtet rot. Das ist... Oh, eine Tür. Ich kann sie aufknacken. Vielleicht kann ich das. Beim ersten Mal. Nein. Ohhhh. Schlecht. Immer noch nicht. Es leuchtet rot. Es leuchtet rot. Es macht mir Angst. Hier sind... Äh, hier... Hier ist ein Computer. Hier wächst ein Baum rein. Oh nein, ein Baum. Zumindest ein... Ein... Der Baum ist alt genug. Er wird wissen, was er tut. Don't judge him. Nicht... Ver... Verurteilt den Baum nicht. Nee, tue ich auch gar nicht. Ich verurteile die Macher des Spiels, die Bäume durch Wände wachsen lassen. In dem stillen Verurteilen, oder was? Hm. Silently judging. Moment, stilles Verurteilen. Wo war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. Das war ja irgendwie so eine beknackte Übersetzung. Ich komm nicht mehr raus. Ah, wo war das nochmal? Ich komm nicht drauf. Hallo? Jetzt hast du alles weggelootet hier oben. Ja. Nee. Die ganzen Legendaries alle eingesteckt. Ah! Dammit! Oh Gott, ey. Das üben wir nochmal. Der kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Warte, da hinten waren irgendwo Heilsachen. Aus der Petersilie. Das ist nicht Resident Evil. Nee, ich hab... Ich vergesse immer, dass ich mir die... Ich vergesse immer, dass ich mir die Packs hab. Moment. Wie komm ich nochmal ins Inventar? Ach so. Pop-Out-Pflanzen. Blub, blub, blub. Ach komm, wir nehmen mal so ein mittleres. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. So, reicht. Bam! Bam! So. Oh yeah! Jetzt soll ich grad Tee trinken, ja? Jetzt geht's weiter. Alter. Ja, echt. Sollen wir nochmal stehenbleiben? Nee. Ach nee, ich glaub, nee, jetzt ist es zu spiel. Gute Gelegenheit dazu, ja. Ja. Machen wir mal ein Picknick! Alter! Picknick! Oh Gott. Ich hör mal wieder so einen schönen Critical mit Gabriel Sledgehammer haben. Einfach nur so wegen der alten Zeiten willen. Oh Gott. Ich vergifte mich. Kann die durch? Die geht da hindurch. Geil. Clipping! Because fuck you! Was bist du denn? Oh Gott, hier ist so ein Schlachter-Typ. Oh oh. Alter. Oh, das ganze Loot. Den hab ich jetzt irgendwie... Oh, wo kommt... Was war das denn? Wo kommt der denn her? Alter. Hast du mich erschrocken? Hast du mich erschrocken? Er erschreckt. Ich hab mich erschrocken. Aus deinem Arbeitsspeicher. Aus meinem... Der hat mich plötzlich angegriffen. Ich hab den gar nicht gesehen. Toll, jetzt habt ihr den ohne mich erledigt. Ja. Ich hab ihn ge... Elektrifiziert. Cool. Dann hat der Fenris ihn kaputt gehauen. Unverschämtheit. Du weißt doch, was man sagt. Nichts wird uns verberstet. Was sagt man denn? Die Zeit der Hämmer ist auf uns. Oh, der Herr. Wie war das? Du wolltest doch deinen Job hier abgeben. Diese ganze Bewegung und Aktivität. Die Zeit der Hämmer ist auf uns. Boah, bin ich froh, dass es hier kein... Oh Gott. Friendly Fire gibt. Wo ist der denn jetzt hin? Oh Gott, der ist einmal um mich rumgerannt? Oder was? Oh Gott. Ah. Bzzzzz. Oh Gott. Well, that happened. Ich hör hier noch so... irgendwo so'n... Ich glaub, es gibt eine Achievement, wenn man die mit einer Axt zerberstet. Echt? Schauend so. Butcher the Butcher gedöhnt. Oh Gott. Also, ich glaub, hier drin ist ne Party. Vegetable. Bad. Meat. Good. Naah, Mann! Das ist aber auch von der Steuerung her hier kacke. Oh Gott, da ist ein, ähm... Let's go, Leeroy Jenkins! No, no 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 no, no 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 no. No no no... Da kann immer nur einer durch das Tier. Ich hab ihn allein kaputt gemacht. Pulp, Annie. Du Tier. reingelassen. Oh, Algen. Wasserleichenfleisch. Wasserleichenfleisch. Geld. Oh, ich hab'n Tape aufgehoben. Ja, Recording. Ich glaub, das muss man... Muss jeder irgendwie separat aufnehmen oder so. Echt? Ja. Eine Aufzeichnung. Beemd, Junge. First Try. Boah, ich bin neidisch. Hier ist ein Mod. Oh, ich hab' ne Sicherung gefunden. Ich hab' das Quest-Item gefunden. Yay. Yay. Empty. Warum ist der PC empty? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da muss doch irgendetwas drin sein. Ein Netzteil oder so. Man muss doch irgendwas draus machen können. Man muss doch die Zombies mit den Kabeln erwürgen können. Ja, genau. Gleich. Oh. 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 Ey, der Typ war grad noch nicht am Leben. Oh Gott. Ich vergifte mich grad selber. Oh Gott. Jeder einen. Ja. Waren die nicht grad alle tot? Ja. Und jetzt sind sie tote als tot. Oh. Okay. Oh. Oh, warte. Echt mal. Ja, aber irgendwie will es nicht. Engard! Engard! Was haben wir da eigentlich... Engard, Touché? Oh, das ist ein solch übles Klischee. Ah. Hahaha. Hahaha. Was? Boah, Fleischköder könnte ich bauen. Brauchen wir sowas? Nein, brauchen wir nicht. Himmel bewahre. Für einen Hintern wird angesichts deine Beleidigung. Hahaha. Ich weiß leider nicht, wie die Antwort darauf ist. Ich muss schon aufgeben. Ja, ich kann auch nicht mehr. In Form einer Hütte aufbewahrt drückst du weit zu meiner Erhaltung. Ja, stimmt. Stimmt aber. Suddenly Monkey Island. Okay. Klasse. Ah, was gibt's noch? Ich spiel das gratis wegen. Was? Und dann kennst du das nicht alles auswendig? Jan, ich bin gerade dabei, das zu lernen. Die Beleidigungen von Rochelieu... Die Beleidigungen von Rochelieu sind auch nochmal eine ganz andere Auswahl. Jaja, die... Die hab ich ja... Also ich mein, ich hab das Spiel eine Million Mal gespielt. Also die meisten kann ich wirklich auswendig, aber es ist auch schon... Zehn Jahre her, dass ich das das letzte Mal von den Hundertmalen gespielt hab. Gott, hier schreit jemand. Denn hier... Gut, dass wir an dieser Stelle nochmal den Bogen schlagen können zum Ende der Episode. Ähm... Let's Play Monkey Island auf Filialienis Kanal und äh... Was hast du denn da? Braucht jemand ne Pride-Piste? Das äh... Ich glaube... Will ich das? Das ist... Ich weiß das ehrlich gesagt nicht so genau. Also den Zweck des... Also ich mein, dass das ne gute Waffe abgibt, aber was war es vorher? Oder war es grundsätzlich schon mal ne Waffe? Ich... Das war so, glaub ich, so ein hammerartiges Ding irgendwie so. Und dann hast du den in... So ne Blunt Weapon. In... Papier eingewickelt oder... In Geld. Ne, ne, ne... In Geld, jaja. Den hab ich so, aber... Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Zum Ende der Episode. Danke fürs Zuschauen. Äh... Besucht uns auf unseren Kanälen. Fili Aleni, äh... Und, äh... Der dritte Spieler. Und so. Stuff wie Staffen sind. Bis dahin, madet jod. Ciao. Ciao. Ciao.